wir sind zurück mit einer neuen folge satisfactory im co-op modus heute zu dritt mit dem basti und mit dem ice spiel zusammen hallo dann hallo kam auch nicht anders das wollte ich jetzt eigentlich machen ach so hier noch meiner hin darauf festgestellt darauf festgestellt werden ein eisen meiner noch gar nicht in benutzung nämlich stehen hier unten sondern bei dem welt bis rechts sind das sind zwei eisendinger und die zweite hat nur noch gar nicht in benutzung ist aber gut die die sachen die du da hinten ja auch hast ich kann es ja dann auch komplett noch zu dir überziehen dass das komplette eisen da weg kommt dann gucke ich mal das kupfer dann direkter verarbeitet werden wo der meiner steht in der gegend oder ganz ja machen haben es doch zwischen meinen hier ist noch ein kupfermeiner also ist erst die dinge die quelle schon gesehen hier ist noch eine quelle die nicht angezapft ist die kannst du dir auch noch mit dran holen was die guck mal wo ich gerade stehe hier ist ja rein theoretisch neben meinem also neben meinem gebäude beziehungsweise wo ich jetzt hier das laufband mache ist genug platz kannst du auch hier das gebäude hinsetzen aus dem meiner hinter dir direkt die eine und vom welten linksbums das wäre jetzt so schön hätten wir schon diese wand halterung für die ließbänder so Okay. 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 Das läuft auch. Sehr schön. Hm. Okay. Okay. Das läuft auch. Wie soll ich das? . Gut. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Okay. What's that? Da, 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 da. So, jetzt habe ich schon mal sechsmal Eisenplatten oben in Produktion. Als nächstes kommen die Rohre. Stangen. Muss ich nur gucken. Rohre waren ja. Aber noch Stangen. Ja, meine ich ja die Stangen, meine ich. Ähm. Aber Stangen waren ja... 15 pro Minute, ne? Das heißt, aus einer Schmelze kann ich zwei... Genau. Stangen... Dinger machen. Ähm... Drei Schmelzen unten. Ja, dann sechs in dem Fall, ne? Brauche ich aber rein theoretisch nicht. Denk dran, du machst aus Stangenschrauben. Fünf... Ne, hast recht. Äh, brauchen wir doch. Und du brauchst immer 40... Äh, nicht schon... 10 Stangen pro... Pro Minute. Ne? Ne, kriegen wir hin. Mach ich, äh... Das heißt also, du hast dann immer fünf Stangen pro Fabrik übrig. Also kannst du immer eine Stangenfabrik zu einer... Ja. Dann haben wir immer ein bisschen Überschuss an Stangen, weil Stangen brauchen wir auch ab und zu. Ne? Ja. Dann haben wir jetzt erst mal sechs Konstrukte nur mit Stangen. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so. Krass. Abgespürst, wenn du jetzt die... Äh... Sachen da hinten dann natürlich in ein Lager packst, wo man dann einfach nur ran muss. Dann muss man in die Fabrik nicht mehr rein, ne? Mach ich gleich auch. Hm. Also beziehungsweise... Ich weiß nicht, wie weit bist du jetzt zu nah mit deinem Gebäude? Weil... Also praktischer an sich wäre es, wenn wir dann langsam dahin kommen, dass wir ein... Lagergebäude haben. Ja. Wo ich dann... Wo ich dann halt direkt, ähm, alles abtransportieren kann dahin. Kann man denn... Ich wollte mich erst mal um die Stromversicherung kümmern, weißt du? Also ich baue jetzt... Ich baue jetzt provisorisch baue ich ein paar Lager davor. Einfach nur, dass es da rein fließt, ganz klar. Ja. Aber... Auf lange Sicht. Auf lange Sicht. Ich würde sagen, dass wir erst mal, äh... Die... Die Stromversorgung über Kohle machen. Mhm. Und... Dann können wir uns über das Zentrallager kümmern. Was war... Vielleicht hier, wo ich jetzt gerade stehe? Gerade in der Fabrik kümmern. Ich sehe das jetzt nicht. So, das ist in der Mitte zwischen... Deiner Fabrik. Mhm. Der Plattform, die wir allen abreißen. Genau. Und... Ne? Da habe ich doch so eine halb hohe Plattform. Da kann man das so nur hinbauen. Da haben wir ja noch guten Platz. Ja, genau. Äh... Ist halt mittig. Zentral. Wir können weiter nach Norden. Wir können weiter nach, äh... Äh... Was ist denn das da? Äh... Westen bauen noch. Also drumherum. So, dass das Lager halt wirklich mittig ist. Ja. Deswegen, das wäre dann hier natürlich ein ganz guter Platz. Ja. 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 Moment, dein... Hm? Ne, und wenn wir das dann so haben, dann... Also könntest du ja deine... Deine Lager ja schon so in die Richtung hinstellen, ne? Ja. Ich will extra einen Ausgang damit machen. Also extra so ein... So ein... Ich sag mal... Dass, ähm... Alle Produktionsketten auf der einen, derselben Seite rausgehen. Und dann... Halt dahin führen. Also so. Hätte ich mir das gedacht. So. Die laufen alle auf 100 Prozent. Perfekt. Sehr schön. Gefällt mir. So. Jetzt pack ich da erstmal nur Lager davor, dass... Ja. Dass er reinfließt. Dann müssen wir uns übrigens... Dann müssen wir uns übrigens... ... verstärkte Platten herstellen, weißt du? Mhm. Ich mache es schon jetzt auch jetzt nächstes. Ja. So. Lager hin. Jetzt muss ich mir nur einen Plan machen, wie ich das mache. Ja. Mach. Mach. Na ja. Muss mich motivieren. Ja. Ja. Ich muss erst mal gerade hier 170 Motor... äh... Rotor bauen. 170. Oha. Ja. Ich sag ja, ich will ein paar Kraftwerke bauen. Ja. Ich baut 12 Kraftwerke. Ja. 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 Das sollte reichen. Erstmal. Locker. Ja. 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 Weißt du zufällig, man kann ja auch den GW kaufen. Kann man mit dem auch... ... quasi einen leeren Raum überbrücken? Also kann der quasi ohne Plattform stehen? Du kannst alles ohne Plattform hinstellen. Theoretisch. Du musst das nur erstmal irgendwie hinstellen. Das wäre dann halt. Fucker. Garuda andersherbedr price. Ja. Ta das Nativeaso皮. Das ist so fliege. Schrittel. Und ganz Luftwaffe. Ja. Hier seid Okay, das habe ich auch schon mal. Jetzt guckst du jetzt nächstes, dass ich eine Schraubenproduktion dann halt Hand krieg. Also könnte es theoretisch drei Schraubenfabrikator hinstellen, dann haben wir genug Schrauben. Und von jedem Fabrikator bleiben dann immer fünf Stangen übrig. Stangen brauchen wir auch, aber nicht so Masse, finde ich. Ja, und bei sechs, dann haben wir immer pro Minute 30 Stangen. Hm. Ich muss bei sechs, sechs Fabriken, kann ich nur drei Schraubenfabriken basteln. Nee, sechs. Pro Stangenfabrik eine Schraubenfabrik. Wollte ich doch gerade sagen. So, ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen was in den Schredder reinggegeben. Punkte zum nächsten Coupon. Okay. Ja, da geht ein bisschen was. Nein. Ähm. Haben wir sonst noch irgendwo eine Eisenmine? Nee, ne? In der Nähe ist es so nicht, ne? Nee, ich muss einfach mal pingen, dann siehst du es ja. Ja, ich habe schon geguckt, aber... Ja, noch nicht. Aber das sollte ja eigentlich erst mal reichen. Also, du kannst ja die Eisenmine nehmen, die hier die Mittel versorgt. Ja. Auch noch, ne? Dann auch nochmal 60, ne? Ja. Mhm. Ja. Gut, ich gucke jetzt erstmal, wie ich das weitermache mit den Ebenen. Ob ich jetzt auch noch auf der Ebene mache. Ob der Platz reicht. Mhm. Mhm. Ja, wendet ich könnte das machen. Äh, Wände für Förderbänder. Uh, uh, uh. Uh, uh. Nice. Aber nur die kackbraunen. Ich mag aber die silbernen oder die kackbraunen lieber. Ja, aber dann sieht alles so monotont aus. Ja. Nö, ist ja okay. Nee, also wir werden uns auch die anderen irgendwann holen, ne? Ich gehe davon aus, ne? Ja, ich gehe davon aus, ne? So. Ja. 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 So, ich bin betrunken. Oh, Beton haben wir mittlerweile auch echt viel. War schon mal gut. Wenn man das gut baut, ne? Ich habe hier gerade ein paar Schnecken gesehen, da hinten. Da sind viele Schnecken, die habe ich jetzt nicht eingesammelt. Nimm die ruhig mal mit, ich will die Miner ein bisschen damit ausstatten. So, nur ein paar sind eben nicht, also ja, kann ich machen, das nächste Mal. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020